hallo liebe freunde herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute wieder der kleine programm hinweis denn ja es ist wieder soweit die nächste folge meiner country music radio show on the road again steht an und zwar am freitag den 9 juni um 18 uhr auf pop radio ostfriesland auch diesmal habe ich wieder eine handverlesene musikauswahl durch alle genres der country musik hindurch getroffen und ich denke es ist wieder für jeden etwas dabei ich würde mich also freuen wenn ihr am freitag wieder etwas zeit mit mir verbringen möchtet ja und wer die sendung am freitag nicht live erfolgen kann der verpasst trotzdem nichts wenn er dann am 20 juni um 22 uhr bei pop radio ostfriesland einschaltet denn dann gibt es die sendung vom freitag in der wiederholung nachteil ich bin da nicht live und ihr könnt natürlich dann mit mir nicht im chat interagieren so wie es jetzt am freitag wieder möglich ist ja also nicht vergessen aufschreiben freitag 9 der juni 18 uhr pop radio ostfriesland einschalten ich freue mich wenn ihr alle wieder zahlreich zuhört dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne zeit ja und der link vom radio natürlich wieder unten in der infobox bis dahin ich hoffe wir hören und lesen uns bei pop radio ostfriesland euer marco